was geht heute willkommen zu einem neuen video heute zarten wir mal im nächsten starten das ist ein jumprun spiel aber ich weiß nicht um was das ist einfach nur ein jumprun spiel aber ja wir werden erfahren was wir machen müssen wenn wir aufs spiel blicken alles klar ja was ist so ein jumprun spiel ähnlich wie crocs roll und hier oben sind wir ganz rechts da in vielen sachen da wir haben jetzt noch einen für 70 sekunden zeit auf dem fall genau wie in crocs roll Aber wir haben die Karte. Achso. Alles klar. Alles klar. Kimm die Hammer-Els. Geh jetzt noch weiter. Ja? Na! Level cleared. Wir sind zum zweiten Level. Nein! Alles klar! Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin es klar. Ich bin ein bisschen klar. Wenn wir zwei Leben verloren haben, ich leise sie meistens nicht. Gibt ihr auf jeden Fall Tipps? Ja, vielleicht einen, meistens ja nicht. Gibt es nicht, dass wir sie haben? 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 Gibt es nicht? Gibt es nicht? Gibt es nicht? Verdammt, okay. Wir haben ein Leben verloren. Noch ein Leben, mein Gott. Es macht übrigens so geile Geräusche, wenn wir die Eltern nicht immer sind. Gibt es nicht? Alles klar? Du? Okay. Verdammt. Verdammt. Und Sack. Hey, I'm Red. Wie macht das Crash von einer Kuh? Ich wusste gar nicht. Gibt es Spaß? Ist klar. Hier oder? Okay. Und Sack? Wir müssen dieses Level jetzt schaffen, weil sonst haben wir alle Leben. M-H, dann müssen wir... Am Sack? Chattdick? Oder Fisch? Lass uns das mal. Da haben viele Leute gesagt. Da oben steht. Scores 1228. Wreck. Wir müssen Klang in den Reffen. Sack. Du? Sack. Wreck. Sack. Schattdarmt. 2 gespielt habe aber weiß ich nicht spiele play ist eine playlist das findet ok jetzt habe ich das schon geschafft alles klar und jetzt von euch darf ich jetzt nicht sterben ich sterbe ich immer weil wenn ich auf die erste biene drauf springe dann springe ich auch zu sehen die andere es ist voll ätzend mit diesen elenden kack scheiß bienen mann ok leute aber wie lange ging die aufnahme schon in vier minuten jetzt alles klar ich werde es heute die video schon möchte dir gefallen da geht ihm wieder einen daumen hoch aber in diesem halte mich sehr freuen jetzt sagen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin tschüss